und willkommen zurück hier auf adobelive.com für die zwei nächsten stunden mit marius bauer wieder unser dritter tag zusammen marius hallo wie geht es dir heute weiter der marius fängt da um um zwei uhr an das bedeutet er den ganzen morgen in paris frei hat um rumzulaufen was hast du heute schönes gesehen ja es war total gutes wetter heute also ich bin mal zum eifelturm gelaufen ok trocadero runter und über die brücke genau noch nicht drauf gelaufen noch nicht so weit noch nicht so weit ich wollte wieder pünktlich da sein hallo zusammen in der chat willkommen zurück wie gesagt in den nächsten zwei stunden sind wir mit marius bauer und wenn ihr die ersten zwei tage verpasst habt also dienstag und mittwoch die könnt ihr alle ihr könnt ihr replays auf dem adobe deutschland youtube kanal finden und sehen wie das projekt mit marius anfing ich habe deine arbeitsweise total gern wie du auch adobe xt benutzt um sachen zu zu denken und wie sagt man layouten fast die ideen katharina macht das auch sehr ähnlich die sachen beschreiben und ja es macht alles ganz ganz logisch sehr sehr deutsch ja sehr organisiert sehr gut gibt es noch was deutsches in mir hallo die frau hallo kevin hallo elmar thomas bötcher ist auch wieder dabei my lady janin guten tag evilserys danke für den link auf die replays und marius sag mal was hast du vor heute in den zwei letzten stunden unsere zwei letzten stunden ja unsere zwei letzten stunden oder wie ich dort katharina schon gesagt habe dann morgen fängt das stockholm syndrom an wo ist mein live stream wo ist der rufus ich muss mit jemandem reden ich muss zeigen wo ist das chat naja wer weiß aber wie gesagt diese diese streams auf deutsch machen wir ab jetzt jeden monat und nächsten monat haben wir schon einen nächsten stream geplant ich sage euch gleich die daten das ist natürlich im oktober am 24 25 und 26 könnt ihr schon den kalender rein tun oder wenn ihr wissen wollt wann adobe deutschland live ist einfach auf den youtube kanal gehen subscriben und auf den kleinen alert drücken und dann jedes mal wenn adobe deutschland live ist kommt ein kleines alert um zu sagen dass wir live sind okay am 24 25 25 26 sind wir live für drei tage wieder und das ist die woche gerade nach max ja also ich fliege am samstag von las vegas nach europa zurück lande natürlich am sonntag schlafe wahrscheinlich zu hause hoffentlich und am montag fliege schon nach münchen und dann am dienstag fängt das stream an ok rock and roll florenz münchen und dann geht das stream weiter geht mir was zum essen holen okay guten appetit thomas ich denke immer eating is overrated ich habe meine cola und passt schon hallo also guten appetit thomas hallo lucy am meisten kaiser ist auch wieder zurück ok oh die über series will macarons aber eben sorry ist da ich jetzt alleine hier im studio bin kann keiner mehr zu karet rennen und und die guten macarons abholen ja 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 das war meine mission erkennt michael da machte konnte ich rauslaufen und zu karet gehen und macarons holen für alle ja das ging dieses mal leider nicht okay also gehen wir mal zu deinem bildschirm rüber und sehen wir uns mal an was du da vor hast sehr gerne genau was ich heute noch vorab ja für die die gestern nicht zu geguckt haben oder montag nicht zugeguckt haben noch mal einen leiden nur blick wir sind am ersten tag also ein bisschen in die konzeption gegangen in die planung wollen möchten wir nicht gehen wie arbeite ich kann uns bis in diesen diesen ganzen prozess angeschaut sind dann einen schritt weiter nach oben gegangen haben diese ideen so zu interessiert in meinem kleinen canvas toolkit jetzt mal und was wir heute machen möchten ist unsere screens vervollständigen von dem konzept das wir gestern angegangen sind dass wir skizziert skizziert hatten im buch und auf basis der theorien die wir hatten und der konzeptideen jetzt noch weiter auszuarbeiten und dann eigentlich heute auch fertig zu werden gut ich will mal los geht's fangen wir gleich an weil sonst kann ich meinen versprochenen drucktypen gar nicht mehr einhalten genau weil es sind jetzt nur noch 50 minuten nein eine stunde und 50 minuten ja das hat er schon da okay ich hab doch Katharina gesagt du hast noch 20 minuten und sie hat gesagt okay okay das ist noch 50 minuten und noch eine Stunde das ist gut dann bleiben wir fertig genau also das prototyping tool werden wir heute benutzen und die restlichen screens die waren noch fertig machen super genau wo wir gestern stehen geblieben sind auf dem untersten layer meines whiteboards der strategie ich habe da gestern noch ein bisschen drüber nachgedacht wir haben in dem sind jetzt keinen keinen business model wir müssen auch zum glück kein geld verdienen wir müssen kein mission statement ausbringen brauchen wir alles nicht zum glück wir können das für uns entscheiden ich habe da noch ein bisschen drüber nachgedacht und weil wir darüber gesprochen hatten was user experience an sich eigentlich ausmacht diese definition werden wenn ich dann mal ein stück zurückgehen ist der user experience die wahrnehmung und reaktion einer person die sich bei der benutzung oder erwartung und verwendung eines produktes ergeben und was ich da spannend finde wenn man dann einen schritt noch weiter geht was bedeutet das eigentlich für mich das heißt ich habe ein erlebnis mit dem produkt oder mit einem menschen und aus der psychologie ist so ein schönes definition also eine schöne definition für beziehungen ist eigentlich dass eine beziehung aus den erlebnissen besteht die man gemeinsam hat und ist auch eins der werkzeuge dessen sich größere firma auch bewusst sind das heißt die bands die sehr emotional sind bauen eigentlich darauf auf dieses erlebnis also damit eine beziehung zu dem device oder zu der definition er hat es mir empfohlen danke noch mal cooles emotionen director hast gehört also nicht so viel selbst profilierung nein ich finde es auch super genau und eigentlich geht es um diese beziehungen auszubauen oder zu erweitern deswegen glaube ich hat das iphone viele auch so einen hohen stellenwert oder das smartphone an sich wir haben gerade darüber gesprochen 999 dollar mit text noch mehr alle beschweren sich dass dieses handy zu teuer ist aber wenn man darüber nachdenken wie viel platz dieses gerät eigentlich einnimmt und welche zeit zu drauf ja verbringst ich mache allerlei sachen drauf ich gucke meine filme fotos ich mache live stream natürlich wenn ich fünf minuten pro tag auf dem telefon bin dann lohnt es sich nicht aber wenn es mehrere stunden sind dann hätte ich doch ein gutes gerät in der tasche absolut ja und auch eine schöne wenn man sich vorstellt wie viel geschichte man eigentlich hat mit diesem gerät also nach zehn jahren es tauchten so viele serien auf man hat so viele persönliche erlebnisse damit gehabt dann war irgendwo im urlaub akku ist leer man braucht ein anriss oder glas geht kaputt kabel ist nicht mehr da was weiß ich also alle möglichen dinge die einem so passieren und dadurch dass an sich auch wenn wir von jetzt spreche ich ganz langsam von dem skolmorphismus zum flat design gewechselt sind zwischen ios 6 und 7 glaube ich ja stimmt das war es war eine eine bände ja also der große ich finde dass man das immer noch merkt dann an sich das wieder mit dem mission control im endeffekt habe ich jetzt gesehen auch so ein post dass jemand eigentlich so eine art dieser rahmens design hatte so ein mission control in echt so 3d gerendert bist du schon auf dem elfer wo auf dem ios 11 ich habe gestern abend habe ich so installiert ja okay ja ich glaube sollte man schon machen so ein paar apps funktionieren ja auch nicht mehr die sind 32 mit 64 ah ja die freak hat die zeit verrennt da hast du vollkommen recht okay also weiter ja auf jeden fall also eine nur damit ich weiß wohin ich möchte also was möchte ich eigentlich damit erreichen mir so wichtig diese erlednisse und nochmal zurück zu gehen auf die was passiert ich sage nichts ach so okay das ist schon okay kein backup kein mitleid auch ein guter abnahm das war als grund grund ja design prinzip zu nehmen weil wenn wir noch mal hoch gehen und an unsere zwei gesichter denken setzen immer noch zwei leute darüber und unterhalten sich in irgendeiner art und weise genau jetzt aber wieder zurück zu der app an sich ich werde jetzt ganz gern noch die funktionen der anderen beiden screens erstmal anskizzieren weil ich es nicht so oft wechseln möchte zwischen papier und screen bleibe ich erstmal auf dem screen und macht das direkt hier also so eins der prinzipien des jetzt hatten das familiarity dass es wieder erkennbar ist jetzt muss ich dann noch mal kurz lesen okay ich lasse mich nicht so ablenken nein nein guck mal so viel in den chat nein okay das mieter vielleicht sagt nur das meeting ist vorbei gibt es vom chat auch anarktiv ich glaube nicht es wäre cool aber wenn das chat aber ist vielleicht ist aber kommt ja eben series das war ja in bei twitch konnte man das chat wieder auch in den replays sehen kommt das glaube ich auch in youtube leider nein ja aber bei twitch ging es ja ich kann mich erinnern dass das chat auch im in den replays war okay weiter arbeiten kümmer mich um unsere freunde im chat okay ich mache ich mache meinen job gut hier waren wir gestern stehen geblieben und gefragt haben was ich denn da eigentlich mache also wir hatten noch uns diese dieses feature angeschaut auf zeit online wo wir so ein bisschen das ganze system auch gebracht haben zu analysieren wie man sich fühlen könnte also welche adjektive uns dazu zur folgung stehen ich habe gestern noch mal nachgeguckt also sie haben inzwischen glaube ich 1,2 millionen user die mal gewählt haben also ein ganz gutes datensatz und sowas ähnliches möchte ich jetzt eigentlich ganz gerne übernehmen dann ich glaube einfach mal ein paar ich habe noch was ich hier noch anpassen und passen und hier baue ich mir jetzt einfach ein paar states für die für diese konversation damit wir später im prototyp dann auch ein gefühl dafür bekommen können wie sich das wirklich anfühlt wenn ich nur einen status screen dafür haben ich will jetzt ganz gerne erstmal so ganz konzeptionell auf den funktionen durchgehen und dann ich habe mir noch ein paar bilder ausgesucht die habe ich mir gestern hier noch aufs whiteboard gelegt die ich dann für die verschiedenen guides benutzen werde das machen wir dann als letzten schritt ist immer so ein kleiner pitfall da muss ich bei mir auch mal selbst aufpassen dass man in so einem schritt konzeption und dieses high definition wireframing nicht so sind nicht mit dem wirklichen design bleibt man immer gerne hängen muss jetzt die gab es noch cola ich habe mir gerade alle längst zu den prototypen die von der katerina und von reiner auf und die tue ich dann auch in die beschreibungen in den youtube-videos für die ewigkeit und alle videos sind natürlich auch auf dem deutschen youtube hat im adobe deutschland youtube kanal zu sehen so eine playlist ich habe es schon gemacht da sind alle vier mal drei macht zwölf zwölf streams und zwölf mal zwei stunden macht vierundzwanzig stunden stream einen ganzen tag könnt ihr das angucken von mitternacht bis mitternacht vierundzwanzig stunden mal drei macht 72 stunden pro monat warum mal drei weil sie aus den usa zwei mal machen ja unser team ist wirklich wirklich fleißig mit dem stream ich weiß nicht simon ob es was zu gewinnen wird gibt das ist alles sehr offen wer weiß heute ja gucken wir noch heute ist der letzte tag aber wir haben schon gucken wir mal wie viele 1 2 3 4 5 6 creative clouds gegeben das ist schon eine länge danke gleich für den link für die dann jeder Okay, also wir müssen es mal so ein bisschen simulieren, wie das Ganze dann aussehen könnte, damit ihr mal so ein Gefühl darüber bekommt. Also wir fangen hier oben an. Lassen. Wenn ich die Gruppe aufheben möchte, ist es das gleiche wie ein Photoshop wahrscheinlich. Ja, sehr schön. Okay, also ich stelle eigentlich keine direkten Fragen. Wir machen keine Abfragekurse und sagen, möchtest du jetzt eine Reiseführung haben, möchtest du nach einem Abteil suchen oder fragen 15 Dinge ab, sondern bleiben eigentlich bei diesen kurzen drei, vier Adjektiven und leiten daraus dann verschiedene Vorschläge auf. Also ähnlich, wie ich sage, was möchtest du heute Abend anschauen? Ist eigentlich wie ein guter, wie sagt man auf Deutsch, Bartender. Einer, der an der Bar steht und dir einen Cocktail mixt? Ein Gastwirt. Ein Gastwirt. Fände ich super, weil auch ein schönes UX-Beispiel für jemand, der seinen Job da gut macht, korrektiert eigentlich die Liste, weil wenn ich da hinkomme und sage, hier bitte, such deinen Drink aus. Und ich habe jetzt selbst eigentlich keine Ahnung davon. Also bin jemand, der trinkt auch gerne mal einen Gin oder so, aber jetzt habe ich von den anderen Drinks eigentlich keine Ahnung. Ich kann von der Karte nicht entdecken oder nicht erkennen, was mich jetzt interessieren würde. Es gibt keinen wirklichen Bilder dazu. Es gibt eigentlich nur einen Text. Ich kann nur irgendwas ableiten. Und ein guter Gastgeber. Gibt es doch einen bestimmten Namen dafür, oder? Ja, ja. Bartender. Ja. Sagen wir Bartender, ist egal. Okay. Frägt sich dann wirklich nur kurze Fragen und sagt, magst du es lieber süß, magst du es lieber sauer? Willst du mit Früchten, ohne Früchte, mit Sahne, ohne Sahne? Und so kommt man eigentlich ziemlich schnell zum Ergebnis. Also wir machen eigentlich auch nichts anderes. Barmann ist gut. Okay. Gibt es denn keinen Namen für diese Cocktail-Barkeeper? Ah, der ist doch gut. Barkeeper ist super. Ja, danke schön. Genau. Und im Endeffekt machen wir eigentlich nichts anderes. Also wir entwickeln eigentlich nur einen Barkeeper für deinen ersten Besuch in Paris oder in einer anderen Stadt. Und da, muss ich sagen, wäre ich total froh gewesen. Also ich war eine Weile in Shanghai und ich denke jetzt die ganze Zeit dran, weil dieser erste Moment, als ich im Flughafen ausgestiegen bin und mir erstens schon ein Taxi besorgen musste, was da auch nicht so ganz leicht ist. Ja, nein. Ja. Da ist ja noch praktisch sowas wie über zu haben, muss man. Absolut. Für jemanden, der auch Englisch spricht. Also ich hatte dann die Sache, ich habe in so einer Straße gewohnt. Und mir wurde immer der Tipp gegeben, nimm dir mindestens eine Visitenkarte rum mit Helmenden, damit du dem Taxifahrer die Karte immer geben kannst. Ah ja, die Helmere, ja. Ja, und dieser Straßenname, der war so lang, dass er nicht mal in eine Zeile von dieser Visitenkarte gepasst hat. Also das hieß irgendwie, weil Shanghai so schnell gewachsen ist und es war eigentlich schon noch im Zentrum, aber nicht so wirklich. Und dann hieß die Straße, glaube ich, hinter der Post links und dann zweimal rechts. Ah, okay. Ja, nur auf chinesisch übersetzt. Und ja, da ist man dann echt ein bisschen aufgeschmissen. Und jemanden zu haben, der sich so bekannt anfühlt, vielleicht auch noch mit einem Avatar. Also ich finde die Idee immer noch gut, wenn ich morgen mein schlimmes Syndrom erfahren werde und nicht mehr weiß, was ich tun soll, dann gibt es vielleicht nochmal irgendwann einen Livestream. Weil ich finde die Idee eigentlich ganz cool, das macht wirklich Spaß. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich so viel erzähle. Ich bin eigentlich nicht so ein Vielredner. Macht wirklich Spaß. Vor allem jetzt einen guten Chat. Und einen guten Moderator. Nein, ich muss stillbleiben. Okay, musst du mal, wie lange hält dir noch die ganze Zeit? Nein, du musst machen. Du hast keine Zeit mehr. Du hast noch anderthalb Stunden. Okay, gut. Kein Stress. Ja, also Barkeeper. Er fragt mich, was möchte ich denn eigentlich machen? Was machen wir denn jetzt? Wir sagen, ich freue mich auf Paris. Weil ich war so clever und habe mir einen Nachtzug gebucht und bin morgens aufgewacht und bin noch ziemlich viel. Okay. Nächste Frage. Kann man eigentlich Emojis auch direkt einbetten? Stimmt, oder? Wie kann man jetzt am besten an Emoji? Was denn? Ein Emoji rein? Ja. Das tue ich meistens, gehe ich einfach Google das Emoji und copy-paste. Okay. Was übernimmt er? Ich weiß nicht. So mache ich es. In anderen Programmen. Ich denke mir, das geht genauso. Okay. Was für ein Emoji möchtest du? Äh, eigentlich nur so ein lachendes. Irgendwie hier. Kann ich mir die da rauskauen, denkst du? Hast du einen Chat? Ich weiß nicht, ist dein Chat offen? Emojipedia. Perfekt. Danke. Okay. Kann ich E-Bel-Series eigentlich auch mitnehmen? Mitnehmen, ja. Kann ich dich mitnehmen? Mach mir nicht. Du kriegst noch ein Lifetime-Lizenz. Okay. Das ist sehr cool. Oh, Animals möchtest du? They're no evil. Okay. Ich finde den super. Copy. Und paste. Hast du nicht das? Ja, perfekt. Cool. Okay. Jetzt haben wir ihn verwirrt, glaube ich. Jetzt benimmt er wahrscheinlich die Schrift da, die hinter den Emojis liegt. Also Malezeichen. Ah, dann hättest du einfach ein anderes Wort da hingeklebt und weitergeschrieben. Ja. Brucken wir mal. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen hier vorne. Copy, paste. Dann bleibt ja in diese anderen Fronten, dann sag mal mehr mal. Nein, warte, machen wir ja so. Okay. Und wenn ich mir die jetzt wieder hinnehme. Ja, ihr wisst ja, wie gesagt, kein Problem. Braucht nicht viel. Nur gutes Internet. Und du musst mich ab und zu mal gießen. Okay. Okay. Okay, das kriege ich hin. Ah, jetzt passt es wieder. Okay. Ja. Okay. Ja. Jetzt läuft der Musik im Hintergrund. Das ist ja immer die Angst, dass da jemand über das Ethernet Kabel läuft und Stream. Nein, aber es ist schon mal passiert, dass hier aus Paris ging das ganze Adobe-Netz runter. Ja. Und dann haben wir gelernt, was wir machen müssen, wenn das passiert. Nie den YouTube-Stream abschalten, aber alles andere kann wieder gestartet werden. Okay, könnte mir mal ein bisschen helfen. Was würdet ihr gerne noch machen in Paris? Ich brauche noch ein paar Vorschläge. Macarons essen. Macarons essen. Super. Du kannst auch in ein Macaron-Foto rein. Schauen wir mal, ob es einen gibt. Natürlich. Ah, ja. Macaron sieht das wie ein Hamburger aus. Kaffee-Empfehlung. Schauen wir mal, dass sie die sehen. Okay, Kaffee finde ich auch gut. Kaffee nehmen wir noch mit rein. Und gerade hier um die Ecke ist ein sehr gutes Kaffee. Ja, leckeres Macaron da. Ja, genau. Die von Caret waren super. Ja, Caret ist gerade um die Ecke. Wieder schon ein schönes Beispiel für das, was wir gestern hatten. Wenn du was mitbringen möchtest heute, kannst du da schnell vorbeigehen. Okay. Ja, danke. Ich glaube, ich habe schon mal vollkantivaculat zugegeben. Ah, okay. Ja, okay. Du kommst um. wie bitte keine ahnung ich esse keine mull okay wenn man mal einen kaffee coole website übrigens finde ich gut im ojpd okay auf was habe ich bock suchen wir uns irgendwas kulturelles best place zu instagram was zu essen oder einen kaffee das merken hast du noch nicht drin ach so sollen wir echten bauern immer noch rein allezeit kaffee und was für kultur kannst du doch auch ein emoji finden ja okay für ein painting oder framed picture das ist kulturell aus ein konzert sagt thomas butcher konzert ist auch gut okay machen wir noch einen letzten ja da ist der opera die opa in paris vorschläge in der nähe sagt dann ja vorschläge nehmen ist auch gut stasche sagt ich mag die deutschen schwarzbrot salami käse macarons der ist gut ja sie sind auch gut ich will ja hessische alle wurscht macarons bauen was ist alle wurscht und nach mir bei machen wir noch alles keine art salami ok auf welche makaron habt ihr euch jetzt geeinigt nein nein die reden wir immer noch über die deutschen macarons die überhaupt keine macarons sind mit salami sehr lecker luft getrocknet okay wollen wir immer noch kaffee oder wollen wir lieber was kulturelles oder irgendwas gleich ums eck oder suchen wir noch den besten place to instagram machen wir auch auf youtube auf google eine foto mit einem mit dem finger auf dem ah ja sehr gut okay cool okay okay jetzt muss ich mal ein foto von der alle wurst ah ja Hm, sieht gut aus. Kann man einfach online kaufen. Und was man jetzt machen könnte, um das Ganze so ein bisschen aufzugreifen, was wir gestern hatten. Also Daten aus der sozialen Netzwerke zu nehmen und dadurch eigentlich zu mappen, wo zum Beispiel ein Platz ist, an dem man eine gute Chance hat, viele Likes zu bekommen, weil schon viele Posts gemacht wurden an den Platten. Wäre ganz cool. Dann suchen wir uns natürlich den Eifertum aus. Likebaiting. Likebaiting. Kann man gleich... Ja, genau. Okay. Oh, danke, Lady Janine. Wenn der Adobe Live mal aus Kassel bringt, spendiere ich eine von diesen Salamis. Meinst du ungefähr, oder? Ah ja, das sind diese Photoshop, die Eiffeltower. Ja. Aber ich dachte, auf der Pyramide war es nicht Eiffeltower, aber Louvre Pyramid. Genau. Das machen die Leute. Und gestern haben wir davon geredet und keiner von uns hat eine Ahnung, warum die Leute das eigentlich machen. Und was bedeutet das? Die Pyramide so mit... Wo? Weißt du? Ja, ja. Der Tom von Pisa hat schon einen Sinn, weil du... Warum man das mit Louvre macht? Ja. Also halten kann ich noch verstehen, aber drauf drücken kann ich auch. Ich finde es cool, wenn du die Musik auch hören kannst, aber das geht wahrscheinlich nicht, Wie? Okay. Das macht zu viel Verwirrung, wenn wir die Musik hier auch hören würden. Ah nein, die Musik hören wir nicht. Okay. Wenn ihr einen Vorschlag habt, wie wir die Tour besser benennen können, dann immer gerne in den Helmet. Okay. gut. Also diese Guides könnten ungefähr so aussehen, kriegen dann wahrscheinlich noch mehr Info, die zeigen, das waren schon mal Freunde hier. Wir hatten ja gestern so diskutiert, ob man die App mit mir ist. oder ohne Login nutzt. Ich wäre eben noch für ohne Login. Ja. Was man dann machen könnte ist, wenn man in dem Guide schon ist und sich die Sachen anguckt, könnte man das Ganze dann personalisieren. Hätte noch ein Button dazu und sagt, ich möchte das Ganze ein bisschen persönlicher. Vielleicht kriegt man auch schon den Namen. Und ich denke, wenn eine Person eingeloggt ist über Facebook oder über einen von den SSO-Accounts, dann kriegt man vielleicht auch schon den Namen und sagt, hey Rufus, würdest du sehen, was dann die Freunde in dem Tavis gemacht haben, kriegt man einfach drauf und meldet sich dann. Du kannst das machen. Darf ich? Ja. Ich bin auf der Seite. Ja. Sehr gut. Okay. Und ich auf der anderen Seite. Warte. Da. Das ist ja schwierig. Kann ich. Warte. Okay. Screenshot. Okay. Keine Ahnung, warum er es sagt. Touri-Fotos. Okay. Hat noch jemand einen besseren Namen für mich? 100% Chance auf Likes. Gefällt mir noch nicht so ganz. Wie können wir die Tour denn noch nehmen? Irgendwas. Vielleicht fällt euch irgendwas Gutes ein. Ich ändere es gerne danach. Okay. Also dieser ganze Chat findet eigentlich noch auf diesem Overlay statt, den wir hier oben haben. Den bauen wir nachher dann nach, wenn ich soweit komme. Und äh. Das ist ein cooler Name. So muss auch eine von den Dingern heißen Carpool Karaoke Design Session sein. Das ist gut. Most liked places. Das gefällt mir besser. Ist wieder so ein deutsches. Wie schreibe ich jetzt meist geliebte Plätze. Meist geligte Plätze. Meist geligte Plätze. Meist geligte. Ist auch kein Wort mehr. Geligte Plätze. Ist bestimmt ein Wort dafür. Ja. Insta-Fame. Okay. Sehr gut. Cool. Ähm. Jetzt wären wir soweit. Also wir haben eigentlich nur zwei, drei Fragen. Wir haben keine großen Filter. Wir fragen nicht ab. Möchtest du im Umkreis von 10 bis 20 Kilometer irgendwas sehen? Oder es soll so oder so viel kosten, was sich eine Menge List Views machen könnte. Und am Endeffekt haben wir dann einen kurzen Chat, der nicht länger ist als ein WhatsApp-Chat. Und kriegen schon eine recht personalisierte Antwort, ohne dass wir uns überhaupt eingehen. Und wenn das mit Apple Pay zusammen verknüpft ist, weiß die App schon, wie viel Geld du hast. Ja. Perfekt. Wieder cross-selling. Wer möchte, kann dann ein bisschen Kohle damit verdienen. Das ist auch was Schönes. Da hatten wir gestern noch gar nichts dran gedacht. Auch wenn wir jetzt eine etwas ganzheitlichere Sicht auf diesen Prozess haben, gibt es nach dem Design-Prozess natürlich auch noch einen Release. Und jetzt könnte man in diese schöne Falle tappen, in die man gerne fällt, in den Feature-Creep und versuchen noch möglichst viele Sachen da reinzubringen. Das machen wir heute aber nicht, weil wir nämlich auch nicht mehr so viel Zeit haben. Deswegen legen wir unseren Backlog an. Und in den Backlog packen wir so Sachen wie die beliebsten Plätze. Auf Instagram sehe ich mal Fotos mit ganz ganz vielen Hashtags. Ist das eine Update, die ihr reinschmeißt? Oder sind da wirklich Leute, die da 20 Hashtags reinschreiben? Ich glaube eher zweiteres, um ein paar mehr Likes zu bekommen, oder? Wirklich? Ja. Suchst du Hashtags auf Instagram? Nein. Ich auch nicht. Du gleich? Nein. Das heißt, das ist die falsche Generation. Aber ich glaube auch. Ja. Manchmal lohnt es sich schon. Also so in Munich oder Oktoberfest oder so. Ah. Ich glaube, das macht schon Sinn. Okay. Ich finde die Funktion eigentlich auch ganz cool. Also ich suche schon oft nach etwas, aber nicht so direkt nach einer Location. Ja. Okay. Hashtag Oktoberfest. Du hast gestern erzählt, dass du direkt von Paris auf die Wiese gehst? Ja. Absolut. Wer mich kennt, weiß, dass ich sofort auf die Wiesenlaufen werde. So am Ende sofort auf die Wiese, Lederhose und alles. Ja. Cool. Auf jeden Fall. Ich suche den Regenbogen auf dem Oktoberfest. Okay. Ding. Ja. Das ist super Story, während ich weiterarbeiten kann, rufest du die Geschichte des Regenbogens erzählen. Vielleicht ein bisschen später. Okay. Das kann die Melanie erzählen. Sehr gut. Sehr gut. So. Das ist alles beantwortet. Wir haben uns jetzt einen Guide ausgesucht. Ich brauche noch eine Quelle, die die Namen der Guides generiert. Das wäre auch cool. Ha. Kann ich dann mehrere Layer gleichzeitig abrunden? Oder müsste ich jeden einzelnen? Hm. Aber angenommen, ich würde jetzt gerne den Overlay plus Bild. Probieren wir mal. Ne. Geht nicht. Okay. Geht nur einer. Das ist auch okay. Das ist kein Problem. Jetzt kommen wir eigentlich wieder auf die gleichen Prinzipien, die wir ja schon im ersten Livestream hatten. Unten. Was braucht dieses Modul denn alles? Also wieder zurück zu gehen in diese Skeleton View, die wir uns ja schon davor angelegt haben. Das heißt, wir können uns aus dem Konzept dieses Modul einfach klauen. Dass jetzt noch keiner sieht, weil der Kontrast zu niedrig ist. Das habe ich aber gleich. Danke nochmal für den Tipp gestern. Ja, ein Tipp. Dieser niedrige Kontrast, weil wir das Problem haben, dass man nichts gesehen hat. Genau. Okay. Gut. Also wir haben auf jeden Fall meine Titel. Wir haben jetzt noch nicht personalisiert. Das heißt, wir haben noch keine Person, die uns diesen Guide geteilt hat. Wir haben aber bestimmte Beschreibungen und wir haben Locations, an die wir gehen. Genau. Jetzt ist der Hintergrund hier doch super. Genau. Lassen wir mal drei Locations nehmen. Wir gehen auf jeden Fall zum Dure. Ich würde sagen zum Eiffel Tower und dann hatten wir den Mon Marker gestern nachgehört. Genau. Ich habe ein Bild. Ich finde es super, wie Katharina es gemacht hat, die Sachen schon vorbereitet, weil ich merke gerade, dass es doch ganz schön lange dauert. Ich hoffe, ihr verzeiht mir die Wartezeit. Ich hoffe ihr verzeiht mir die Wartezeit. Das ist nicht Artboard, das ist Artboard, das sind die einzigen, die an jeder Seite oder wie heißt das? Das Dokument. Ja. Das ist ein Ferry-Wheel, wo ist das? Ist das in Paris? Ja, am Ende von Champs Elysees. Am Place de la Concorde, glaube ich. Ja, super, genau. Da kann ich mich dran nehmen. Was habe ich jetzt? Was muss ich denn da vorlegen? Ah, ok. Habt ihr eigentlich im Chat auch XD-Projekte, auf denen ihr arbeitet? Und vielleicht wollt ihr, dass Marius und ich da mal reingucken als Prototyp? Die könnt ihr ja mit dem Hashtag Adobe Live auf Twitter uns zeigen, wenn ihr wollt. Das wäre cool. Ein wenig konstruktives Kritik. Konstruktives Feedback von Marius zu kriegen. Ah, ihr wisst jetzt, ich habe, aber ich darf es nicht zeigen. Haha. Ja. Das geht wahrscheinlich den meisten so. Ja. Thomas Böttcher, das ist auch cool. Eine Webseite mit Logo und Corporate Design. Ähm. 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 Das erste, was man denkt, wenn man an Adobe XD denkt, denkt man an ein Telefon. Ähm. Aber das kann, ähm. Wir haben die Melanie gesehen, die arbeitet für ein, äh, ein iPad, ähm. Einfach auf einem iPad-Format. Ähm. XD kann man auch benutzen, um, äh, um, ähm, auch Web-Designs zu machen, oder auch Spiele. Ähm. Ähm. Alles, was eigentlich, ähm, ja, die, die, die Interaktion vom, äh, vom User benutzt. Ähm. Ähm. Ist dann, ja, ist halt ein Prototyping-Tool. Ja, absolut. Krass mal zeigen, Thomas. Okay. No features, not Paris, Mario's wallpaper, Hashtag, Macarons, Cutsong. Sehr cool. Super, danke. Okay. Okay. Okay, Thomas, mach das. Ich warte auf deinen Link, dann gucken wir uns das an. Oh, wie oft wird der Louvre schon auf Instagram fotografiert gewesen sein? Machen wir mal 1,5 Millionen. Millionen. Was wäre das? Ich habe eine Milliarde Mal geteilt. Ja, kann sein. Obwohl, als Kodak noch Statistiken machte über was das meist fotografierte Ort auf der Erde war. Weißt du, was rauskam? Die Holzbrücke in Luzern. Okay. Ehrlich? Ja. Huh. Strange, huh? Schön. Was passiert, wenn man Daten hat? Wahnsinn, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Tschüss. Gesundheit. Entschuldigung! Oh. Okay, wir haben es gleich. da habe ich die liste von der top 20 most instagram places of 2016 cool nummer eins disney properties wahrscheinlich weil die leute dann die die fotos von den kindern machen und scheren ja und dann zwei universal studios dann central park times square eiffeltower ist fünf nur ist sechs las vegas sieben kolosseum in rom ist auch dabei siam paragon in bangkok auch tower bridge notre dame und schweiz ist nicht mehr hier schon interessant auf jeden fall ist ziemlich viel paris dabei würde ich sagen ja okay gut auswahl wir sehen den wir haben uns drei punkte auf der karte und jetzt würde ich sagen dass man diesen guide da unten eigentlich ganz schöne ich mir das vorgestellt als zweites pattern dieses card layout einblenden könnte was wir jetzt noch machen jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr reden danke fürs zu warten und zu hören bestimmt eine milliarde geteilt oder ich denke schon ja 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 oder mindestens ich glaube schon ja okay wenn du dich wenn das foto auch selbst macht das 1 mehr ja ja genau bei starten kann man gleich jetzt gehen wir zum map ui design mein lieblings teil um das ganze und ich komme gleich wieder weil was ich jetzt machen muss man ja viel lernen okay das wissen gewisse im chart dann mache ich jetzt weiter okay gut also wir haben uns gerade diesen guide ausgewählt und muss auf der ui jetzt für jemanden verständlich zu machen der noch nicht in der stadt war aber diese acht typen der silhouetten wahrscheinlich auch sieht also wenn ich vor der straße stehe ich so oder so den kann ich auch den druck wahrscheinlich auch da habe ich jetzt die zeit nicht noch weiter dafür benutzen möchte jetzt einfach ein paar kleine illustrationen ha 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 schnell hus ist weg cc für alle der rufe wieder da ist ja Na ja, kann ich die... Gibt es so einen Alpha-Kanal oder so, dass ich die Farbe ausblenden kann? Haben wir nicht, oder? Glaub ich. Wie bitte? Gibt es irgendwie so eine Art Alpha-Kanal, dass ich eine Farbe ausblenden kann von dem Bild? Nein, noch nicht. Nein, okay. Damit das transparent wird? Genau. Das machst du lieber in Photoshop und dann Copy-Paste. Dann ist es, glaube ich, transparent, weil es ein PNG ist. Ja. Ich würde es schon probieren, mal in Photoshop aufzumachen und schnell die... Ja, machen wir gleich. Ich probiere es jetzt erstmal so. Okay, ich habe hier noch keine... Das ist noch eine Testversion drauf. Weil das ist eigentlich nicht mein Arbeitsrechner. Ah, okay, okay. Ah. Aber es muss noch einen Tag frei sein, glaube ich. Nein. Okay. Zero days left. Okay, kein Problem. Oder kannst du noch was machen? Nein. Ah, ich darf noch. Okay. Okay. Wenn ich die jetzt Copy-Paste nehme, dann nimmt er die als transparente oder mit weißem? Ja. Ah, perfekt. Super. Ja, aber es ist Copy-Cloud, das PNG. Okay. Cool. Ah, irgendwie hängt der Upload. Ah. Nein, Thomas Batsch hat versucht, seine Webseite zu teilen mit uns und das hängt. Ja, bei meiner Seite ist Stream bon. C'est bon. Okay. Okay. Lekture in Streaming im Format 1080p. Alles geht gut. Alles ist gut. So, die stehen jetzt alle nicht am richtigen Platz, aber ich möchte eigentlich nur zeigen, wenn ihr... Deswegen Map.ioi-Design gestern hat mir einfach so gut gefallen, weil es gibt so viele Möglichkeiten, um diese Karte so zu personalisieren, auch für jemand, der jetzt noch nicht eingeloggt ist. Und ich finde mich gleich viel besser zurück. Anstatt mal drei Punkte zu haben, wo ich eigentlich nicht weiß, welche ist welche, kann ich so jedem viel besser zuordnen. Das machen wir unten jetzt auch noch. Und dann wissen wir eigentlich gleich, wo wir hin müssen. Ja, Evil Series, von den 0% Discount Codes kannst du so viele herausgeben, wie du willst. Ja, heute wird Paris neu gebaut, sagt Kevin. Ja. Ja, auf jeden Fall. Der Marius hat sich heute Morgen aufgewacht und hat gesagt, heute baue ich Paris wieder neu. So. Genau. Also mein Ziel war irgendwie eine UI zu schaffen, in der ich nicht wirklich viele Elemente hier oben habe. Weil auf der einen Seite ist es eine App, die welche in der Stadt benutzen. Und ich habe vielleicht auch wirklich mal eine Hand frei, was wir ja am ersten Tag besprochen hatten. Aber du hast es mit deiner linken Hand, bist du linkhändig? Ich bin... Manchmal habe ich es wirklich in der linken Hand. Also ich habe meinen linken, meinen rechten Daumen und Touch ID gesetzt. Ja. Ah ja, das ich auch. Aber nur weil ich... Vielleicht mache ich da was und manchmal halt so und kann ich weitermachen. Ja. Aber das Telefon hat sich eigentlich nie... Oder wenig in... Vielleicht. Kann man mal selbst beobachten, wie man am besten macht. Ich denke nur, es ist so... So ist es universell. Ich habe die immer im Kopf und finde es ganz angenehm. Weil es ist schon oft so eine Situation, wenn du auch ein Uber bestellst. Deswegen sind drei Buttons unten. Du hast eine Tasche in der Hand oder du hast noch irgendwas anderes in der Hand. Du musst irgendwas nehmen und dann läufst. Genau. Und dann ist es einfach schnell sehr auf einen Blick. Man kommt schnell drauf und muss nicht nämlich auch lange nachdenken. Die Daniela fragt, für was war die App? Das war ja am Anfang nicht da. Ah ja. Genau. Ein kurzer Überblick. Genau. Wir hatten eigentlich damit angefangen. Wir wollten noch... 55 Minuten. 55 Minuten. Okay, gut. Das klappt. Dann kann ich auch kurz erklären, um was es geht. Die Idee war eigentlich so eine Art Guide zu haben, der dich persönlich begleitet. Also angenommen, ich komme jetzt das erste Mal nach Paris und möchte keinen Lonely Planet lesen oder weiß eigentlich noch nicht wirklich, was es so gibt in der Stadt. Dann haben wir so einen Onboarding-Prozess, der super einfach ist. Also ich muss mich nicht lange anmelden. Ich muss nicht irgendwo meine Daten hinterlegen. Ich habe eben diesen kurzen Chatbot. Ich gehe dann mit der App die Frage, wie es mir geht. Kriege meine Ergebnisse und kriege diesen Guide. Und der Guide wird im nächsten Schritt vielleicht noch personalisiert. Also ich sehe auch gleich Dinge, die Freunde von mir auf Facebook schon geteilt haben, wo sie schon waren in Paris. Also es ist eigentlich so eine sehr personalisierte Guide-App. Das ist die Idee. Und es gab da auch keinen Kunden dazu. Das ist mir nur jetzt eigentlich eingefallen, weil ich fand es so ein freies Projekt auch ganz gut. Genau. Ich hoffe, das erklärt es einigermaßen. Genau. Also was sie tut, was wir jetzt gemacht haben, wir hatten am Anfang dieses Konzept oder ich hatte am Anfang dieses Konzept ein bisschen einfacher zu gestalten. Also die Idee war hier so eine Art Tinder-Karussell zu haben. Ich wähle mir die Stadt aus, spreche dann mit dem Chat, was für mich jetzt wichtig ist und kriege dann am Schluss so eine Art List View von den Ergebnissen und kann durchgucken. Jetzt aber im Prozess der letzten drei Tage ist uns aufgefallen, dass man es auch um einiges verbessern kann. Wir haben über ein paar Prinzipien gesprochen. Ein bisschen UX-Research, den es gibt dazu. Und sind dann Stück für Stück über Skizzen oder über die ersten Screens auch drauf gekommen, das Ganze jetzt so zu machen, wie wir gerade daran arbeiten. Genau. Und im Endeffekt siehst du oder siehst du eigentlich hier die drei Zustände. Jetzt mal weg. Und den auch. Wir bleiben immer auf dem gleichen Screen. Also wir haben in dem Sinn brauchen wir eigentlich keinen großen Screen Flow. Wir müssen uns gar nicht so viel Informationsarchitektur überlegen. Man wird anfangen und auf dem Homescreen erstmal nur die Maps sehen. Durch die Geolocation, die man erstmal erlauben muss natürlich, aber werden wir sehen, wo du bist. Wir zeigen den Ausschnitt von der Stadt, der gut erkennbar ist. Also dieser Archetyp der Stadt. Selbst dann muss man Geolocation erlauben. Nein. Ich glaube schon. Nein. Ich hasse es. Oh Mann. Ich nehme sowas immer ernst. Irgendwann ist gleich. Mit mir Witze machen ist immer kein Spaß. Ich verstehe keinen. Ich glaube man muss es erlauben. Okay. Genau. Geolocation erlauben ist eigentlich das einzige was ich machen muss. Es ist immer noch leichter als sich irgendwo anzumelden. Gut. Ich sehe die Stadt. Ich kenne mich schon ein bisschen aus. Ich sehe die Saint. Oder ich weiß ich bin in New York. Ich sehe meine Manhattan Halbinsel. Bevor ich aber irgendwas machen kann. Es gibt keine Buttons. Es gibt kein wirkliche Navigationsmenü. Kein Burger. Kein Suchfenster. Kein Location Tracking. Kommt von unten ein Popup über den Bildschirm. Also durch diesen Effekt oder durch diese Animation. Die wird nicht lange dauern. Aber verstehe ich in dieser kurzen Zeit. Die wir vielleicht auch noch brauchen im Backend oder in der App um den Content zu laden. Was das ganze eigentlich macht. Und können so die App ohne großes Onboarding eigentlich auch erklären. Also es geht wirklich nur um die Map. Das ist die Entdeckung. Also hier ist der Hauptscreen. Wir werden ja auch ein Produkt publizieren oder? Damit ihr das ausprobieren könnt. Das machen wir gleich als nächstes. Ich glaube ich werde im Visual Design gar nicht so viel weiter gehen. Damit wir das ganze noch zu Ende bringen können. Genau. Ich gehe meine Fragen durch. Wir haben jetzt mal so eine Konversation vorgebaut. Genau. Also er fragt dich in der Sprache. Wir haben jetzt Französisch genommen. Bienvenue. Ich habe es glaube ich immer noch falsch geschrieben. Das muss ich mal ändern. Dann kommt die erste Frage von unserer App und fragt. Wie geht es dir denn heute an dem ersten schönen Urlaubstag? Da gibt es ein paar Antwortmöglichkeiten. Wir haben jetzt mal gesagt. Ich freue mich wirklich auf die Stadt. Chatbot antwortet ja. Super. Das finde ich sehr gut. Ich freue mich auch. Dann schauen wir mal was wir Gutes für dich tun könnten. Oder was wir Gutes finden. Wie wäre es denn mit. Wir haben uns entschieden für den schönsten Platz an dem wir Instagram Fotos machen können. Und eigentlich durch diese drei kurzen Fragen die wirklich nicht lange dauern werden. Dann kommt man schon zu einem Guide. Es gibt keinen langen Katalog den ich durchsuchen muss. Keine Filter die ich einsetzen muss. Keine Suchmaske. Keine 10 Minuten am Bahnhof rumstehen. Während ich eigentlich schon müde bin und irgendwas aussuchen muss. Wie ich zuhause sitze und mein Netflix finde aussuchen muss. Sondern wirklich sehr kurz und sehr persönlich ohne Login zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ähnlich wie der Barkeeper mit dem Drink den er anbietet. Da muss man so einen Barkeeper bauen. Es gibt bestimmt einen Barkeeper. Das ist ein Barkeeper Emoji. Thomas Badger. Wie schwer in Megabyte ist eigentlich dein XD Dokument? Das ist super schwierig zu laden hier. Obwohl wir hier ein schnelles Internet haben. Gut. Okay. Im nächsten Schritt sieht man den Guide noch mal kurz um was es alles geht. Wie viel Zeit werde ich ungefähr damit verbrauchen? Oder verbringen? Naja. Ich verbrauche es ja nicht. Ich möchte es ja. Es geht ja um schöne Umwege bei uns. Nicht um negative. 20 Minuten. So. Kann man nochmal anschauen wo es hingeht. Ich habe schon kleine Previews dazu. Und sage dann eigentlich nur noch okay. Ja es sieht super aus. Das machen wir. Oder nee. Gefällt mir doch nicht so. Was gibt es denn noch zur Auswahl? Ich komme dann wieder zurück in den Chat. Und kriege dann hier unten nochmal wahrscheinlich eine Ladeanimation. Das ist auch noch so ein Feature über das ich sprechen möchte. Weil Animationen hier eine wichtige Rolle spielen. Und kriege dann vielleicht was anderes vorgeschlagen. Vielleicht bin ich jemand der nicht so unbedingt nur auf Instafame steht. Sondern vielleicht auch ein bisschen auf Kultur. Genau. Kann ja auch sein. Instafame Kultur. Thomas Butcher. Ja. Dein 48 Megabyte groß ist groß. Ich glaube. Wie war das? War das die Katharina gestern? Hat gesagt. Es ist immer besser auch Screenshots von den Bildern zu nehmen. Und den XD rein zu tun. Das geht alles viel schneller. War das Katharina oder Melanie? Katharina glaube ich. Das ist eine sehr gute Idee. Weil 48 Megabyte groß bedeutet. Um es zu sehen. Muss ich das alles runterladen. Aber vielleicht können wir schnell angucken. Ob es funktioniert. Ja gerne. Ist dein Twitter offen? Mein Twitter ist offen. Oder du kannst auch auf das Hashtag Adobe Live suchen. Und Thomas hat da. Was ist noch? Nein. Du leitest. Ja genau da. Das hier. Ah sehr gut. Thomas ist Webseite. Cool Thomas. Lernen. Super. Und das muss sehr optimiert sein. Vielleicht kann das einmal hochladen. Wir können andere Sachen machen. Wer das hochlädt. Okay. Aber der Tipp von Katharina war gut eben immer mit mit kleinen Bildern arbeiten. Das hat keinen Sinn da riesige Bilder rein zu holen. Weil. Weil. Weil XDD auch nicht optimiert. Das ist okay. Die werden einfach so reingezogen. Ja. Dener mache ich absichtlich so riesig. Jetzt wahrscheinlich noch nicht so. Ich sehe gerade das Marius. Dein Live UX Design mit Marius Bauer. Adobe Live 1 von 3. Also Tag 1 hat über 1300 Views auf YouTube. Ziemlich cool. Ja. Super. Wieso. Eigentlich die. Das ist doch die größte des Schlagschatten. Oder? Wie bitte? Wenn ich jetzt sage ich möchte einen großen Schlagschatten. Dann gebe ich hier einfach eine höhere Zahl ein. Ja. Oder. Vielleicht. Liegt der nur irgendwo dahinter? Bei der ist Transparenz. Die Transparenz runter. Ah ist 100 pro. Ah ne. Ok. Ne. Shadow. Ok. Mach es mal. Ah hier ist die Transparenz. Hast du die gefunden? Ja ja. Super. Danke. Also damit ich auch gleich weiß wo ich stehe. Cool. Stell dir das vor mit AR. Ja. Super. Kommen wir gleich noch drauf. Ich habe gestern eins gefunden. Das ist so super. Ja. Was man eigentlich machen könnte. Total cool. Wenn man dann näher an eins von diesen Gebäuden kommt. Mhm. Also wir laufen und laufen und laufen und laufen und laufen und laufen und laufen. Und kurz davor. Also wirklich nur so ein paar Meter. Oder wir stehen eigentlich schon davor. Wechselt die App automatisch in AR. Aha. Ok. Und sagt wow. Und du hast dann einen Pin drauf hier. So cool. Das finde ich echt cool. Ja. Bis jetzt habe ich noch keine AR App gefunden, die mir echt was bringt. Was bringt. Ja. Ja. Genau. Das ist der hier. Ah cool. Das fand ich super. Also er sharelt seine Location mit seinem Freund. Ja. Da bin ich. Ok. Genau. Und äh. Also wechselt auch direkt von der Kameraansicht. Ja. Läuft hier im Park. Rup. Automatisch. Naja schon cool. Genau. Und sowas könnte man eigentlich bei uns auch machen. Ich ziehe mir jetzt auch mal so ein Screenshot darüber. Warte, dass wir sie treffen. Daniela sagt ok danke. Hier in S. Was ist hier in S. Und gibt es zum Beispiel die App Flurfunk. Die drei Jungs hatten auch eine tolle Idee. Sehr innovativ war. Allerdings schwierig zu vermarkten. Gibt es von Adobe so einen Crowdfunding Brand Plattform Pool für vielleicht auch nur Design Apps. Temena. Koffer Apps gab es auch schon. Die von Kate war besonders. Detail Konzept. Liebe zum Dieter. Ah Stuttgart. Ok. Ok. Wie kann ich wissen, dass es für Stuttgart ist? Ok. Wie kann ich wissen, dass es für Stuttgart ist? Ok. Ok. Nein. Wir machen kein Crowdfunding. Aber was wir machen ist das Creative Residency. Das ist eine coole Aktivität, die wir haben. In Deutschland haben wir zwei Creative Residents. Die Rosa Kammermeyer und Julia Nimcke. Die sind dieses Jahr an der Arbeit. Julia fotografiert. Rosa zeichnet Letter Forms. Und sie hat in München gerade ein Projekt, das heißt Walk of Happiness. Da hat sie in verschiedensten Läden auf die Shop Window, wie sagt man das? Das Schaufenster. Das auf die Schaufenster Lettering hin tun können mit positiven Sätzen. Sieht super cool aus. Walk of Happiness. Rosa Kammermeyer. Und die Julia Nimcke, die fährt mit ihrem Van durch ganz Europa und fotografiert interessante Orte, die auch Legenden haben. Und da guckst du sehr wenig, woher die Legenden kommen und wie das alles so funktioniert. Adobe Creative Residency. Danke Evil Series. Und nächstes Jahr suchen wir natürlich auch wahrscheinlich neue Creative Residency in Deutschland. War ziemlich coole Aufstellung. Und das bedeutet, dass für ein ganzes Jahr Adobe für euer Traumprojekt zahlt. Also ihr braucht ihr für ein ganzes Jahr nicht um Geld zu kümmern. Super. Ziemlich cool. Grundeinkommen für alle Creatives. Cool. Ja, ich glaube, es ist schon ein wenig höher als Grundeinkommen. Okay, sorry. Dein Grundeinkommen, das ist das Minimum Wage, oder? Genau. Nein, das ist nicht Minimum Wage. Okay. Super. Noch besser. Ja. Aber sonst, wenn man Geld braucht für Sachen, dann habe ich GoFundMe und andere Projekte wie diese, das funktioniert super gut. Ich wollte mal einen Freund von der Community zu einer Konferenz nach Amerika schicken. Da habe ich ein GoFundMe gemacht. Okay. Und innerhalb zwei Stunden hatte ich schon die 3.000 Dollar, um ihm das Ticket zu kaufen und den Eingang in die Konferenz. Okay. Wow. So schnell geht's. Cool. Da kann ich bestimmt auch schon nichts durchschreiben, aber... Oh ich brauche das super. In mir zu man. OK. und rosa kammeier und julian imke werden mit mir im oktober stream auf dem stream sein und zusammenarbeiten da wahrscheinlich julia mit ihrer fotografie und rosa mit lettering auf den bildern es war eine super ausstellung bist du in ihr studio gegangen wir waren kurz drin und das hat sie gut gemacht okay ich glaube wir haben alles kunst die wir brauchen wir gehen jetzt erst in die app wenn man mal gucken wir mal was ob die app von thomas da ist ja ja thomas das gab es auch schon vor ein paar monaten waren rosa und julia bei mir im stream aber es wird super spannend eben zu wissen was das das war glaube ich ihr erster tag als creative president und das ist es eben spannend zu wissen und zu sehen was sie in den in diesen letzten monaten gemacht haben weil die projekte sind der hammer ja okay ist ja gut da okay jetzt ist drauf und werden wenig die button sehr schön das heißt du hast einen kunden auch der er so heißt und du hast die website jetzt für ihn gestaltet war thomas genau wenn ich gut ich glaube der next economy vorher eigentlich ist ein schönes beispiel ist super ich bin jetzt eigentlich ist es so vom aufbau her ja schon einfach längst eigentlich auch direkt auf die navigation war hier sind so ein paar punkte über die wir jetzt auch gesprochen hatten wo wir gut darauf eingehen können also ich glaube so das bild im hintergrund da würde man sich einen guten gefallen tun eines zu suchen das auch zum thema irgendwie passt ich finde es ein super moodbild passt auch gut zu den farben ich würde glaube ich nur irgendwas suchen was persönlich ist also wenn die firma ein schönes büro hat oder man kann da irgendwo hingehen oder es gibt jemand oder irgendwie so ein kleines bild aus der arbeit einfach so ein snapshot das glaube ich würde gut tun aber ich sehe dass du die farben so ein bisschen aus dem hintergrundbild genommen hast inspiration das funktioniert dann bestimmt auch immer noch gut oder man passt es ein bisschen an und von der navigation schauen was passiert wenn ich da rein gehen ja genau so in die richtung das bin ich schon besser also ich dann habe ich schon ein gefühl dafür das gefällt mir gefällt mir gut schönes layout ok das heißt du hast du eigentlich es gibt zwei navigationsebenen wir haben einmal hier also die zweite seite fand ich ziemlich cool so wie sie ist schön aufgebaut schönes schöne farbwelt für das logo gefällt mir gut finde ich super würde ich würde ich sofort zu kaufen navigation glaube ich würde ich einfach noch mal gucken weil du wahrscheinlich bist du entweder noch nicht so weit kann auch sein ich würde es nur kombinieren glaube ich unten diesen balken rausnehmen und die als subnavigation drunter setzen also klick auf unternehmen ja die nächsten punkte auf er ist noch nicht fertig okay dachte ich mir passt ich weiß nicht ob die home nötig ist wir müssen zurück auf die home klicken geht das geht das dann da zurück ja das auch mal die navigation meistens wenn man auch das logo klickt geht man home automatisch ohne home zu schreiben und naja ich denke auch dass von der home kapiert man nicht sehr gut was das ist was die firma macht was die leute dort machen vielleicht wäre es schon besser dieses ganze zu überspringen und direkt in eine in so eine seite zu gehen die erklärt was die firma macht warum weil so ein er so ein homepage das hat wenig sinn heutzutage ja ich finde es also visuell ist schön aufgebaut aber ich glaube es auch also direkt auf seine seite zu gehen als homepage macht auf jeden fall sind weil es ist auch eine firma die sich repräsentieren möchten kurzen also ähnlich wie wir es eigentlich aufgebaut haben in unserem system mal zu überlegen was welchen content heute aufarbeiten also worum geht es die firma vorzustellen wie wird man wahrgenommen also wie kann man das ganze aufbauen was der zweck dahinter und dann wie das ganze auf dem device aussieht und wie es die leute dann auch wahrnehmen wieder drauf gucken und in dem fall jetzt einen digitalen touchpoint also du hast die online website was auch immer für service ist darauf angeboten werden also zeigt das portfolio von der von der firma und app ist in dem fall für dich jetzt dann die website das sieht man auch schön so die verknüpfung von von konzept und design weil wenn du glaube ich noch mal einen schritt zurück gehst und einfach die navigation mal durchgehst mit dem kunden oder mit für dich alleine wie würde ich das ganze aufbauen in einer navigationsstruktur dann glaube ich tust du dir schon gefallen die navigation ein bisschen einfacher zu machen was rufus gerade meint der home glaube ich würde ich wegnehmen als punkt da kannst du aufs logo klicken das kennt jeder das gelerntes verhalten und in den land ist verhalten ja genau wie der pablosche hund klickt auch wieder aufs logo wenn er nach hause will genau unternehmen finde ich gut geschäftsfelder muss mal gucken ob man das unternehmen unten hast du die seite auch dafür die geschäftsfelder wahrscheinlich im unternehmen auch beschreiben kann spaß du den nach dem punkt karriere sehe ich auf jeden fall einen kontakt sich auch ein dann hast du die ganze navigation schon mal reduziert und hast dann noch unternehmen karriere und kontakt warum geht über das logo und im unternehmen beschreibst du die geschäftsfelder genau wenn jetzt die anforderung ist von seo oder sonstigen dingen einzelne seiten dafür anzulegen bin ich fein damit würde ich nur die unteren navigationen hochziehen glaube ich gute antwort die usw ich glaube du hast dich nur verraten dass du schon weißt um was es bei pablos geht hat er nicht gerade mittag essen oder nein nicht gegessen okay gerne thomas ich hoffe es hilft ein bisschen danke thomas cool wer noch was hat immer gerne her damit finde ich gut da sieht eigentlich also das hat sich wirklich so entwickelt dieses dieses board für mich über die jahre weil man wirklich alle ebenen auf denen man so arbeitet gut gut abbildet und er könnte eigentlich mit einem sehr einfachen raster immer gegen checken ob alles was zu bedenken gilt in user experience online und offline in einem projekt auch gut abgedeckt ist über eine recht einfache simple art und weise also ohne großes manifest zu schreiben ohne wirklich viel konstruktion in papier zu bringen erst mal und dann wirst du diese arbeitsweise ganz schön finde ich weil du dir alle gedanken die du hast dann draußen kommen mal zusammen packen kannst muss ich auch wie war noch mal der link ich habe den link vergessen aber wie hast du mal pinterest board oder wo ist der ordner mit den bildern den hat jemand auf dropbox geschert oder war in der cloud oder war vielleicht wer genau sagt noch mal genau und deswegen finde ich das so ganz gut sieht aus wie ein kleines kleines chaos aber haben wir gerne geordnetes chaos ist auch was gutes okay zurück zum thema wenn man jetzt möchte also was ich gerne habe in diesem artboards sind super auch wenn ihr erzählt ich habe nicht alles auf artboards gemacht einfach der zeit so ein bisschen geschuldet das braucht ja auch bestimmt noch zeit dann zu arbeiten also tust die zeit nicht in der zeit ausblenden ja also heute absichtlich weil ich nicht die ganze darauf gucken will okay und ich finde das eigentlich auch als ein kleiner trick für mich selbst also mich zu überlisten weil es ist oft so wenn ich irgendwas konzentriert arbeiten dann stelle ich mir lieber einen timer komodoro technik ja genau sehr schön und macht für mich wirklich einfacher ich kann mich wirklich konzentrieren auf meine arbeit und der rest ist mein leben sache deswegen sonst auch keine icons da oben drin oder zustände genau eigentlich haben jetzt also das coole daran ist in dieser arbeit wir versuchen uns selbst irgendwie klar zu machen oder zu definieren was die app kann in ihrem mvp der immer noch da oben drüber hängt und alles was uns jetzt noch eingefallen ist an denen ich habe gestern auch nachgedacht das wäre super wenn man also als physisches produkte diese brage dass die habe ich ja bei mir mit dem laupt bin ich jetzt noch so ein bisschen rumgelaufen das sind diese kopfhörer so augen also ähnlich wie ein ich persönlich bin ein bisschen cooler okay er hat auch cool und genau also man könnte eigentlich eine art sie wieder dann noch mit einbinden oder auch vielleicht eine personennachricht was ich total schön fände wenn man weitergeht ich habe dann noch ein paar punkte aufgeschrieben eine meiner lieblings sachen vom apple watch ist ja nicht wenn du ein 1 1 1 itinerary irgendwo hingehen muss mit maps dann dann tut dir die app also apple watch mit tactics sagen du musst nach links oder nach rechts jetzt bist du nicht immer mit dem telefon und suchst auf google maps nein sagt ja die 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 uhr mit so kleinen tabs also ich glaube dreimal ist längst und einmal und wenn es mehr mal erst jetzt ist es cool ja wenn das zahlen muss auch nicht die uhr angucken oder den nächsten nur abgehen ja total schön zu kommunizieren und super eine coole interaktion ich habe keinen bildschirm von mir oder ich muss nicht auf eine brille gucken genau und so könnte man auch in der stadt so kleine dinge verstecken also als facebook ihr kit rausgebracht hat ja wenn ich ziemlich schön dass man ich sagte als freund wenn ich weiß ich bin in der stadt oder es gibt locations sehr interessant sind könnte man an der location auch in der eafi oder ihren an sich haben noch 30 minuten ok gut dann fangen wir jetzt mal an mit dem poten ja würde ich sagen das würde ich sagen ja und da bleibt hat ein link für die pomodoro technik es gibt die verschiedensten sachen natürlich hat das die pomodoro technik heißt so weil in italienisch ein pomodoro ist dieser timer wenn man so dreht diese planen normalerweise wie ein wie eine tomate ja und die dreht man dann und die pomodoro technik ist so dass man für 20 minuten etwas sehr intensiv macht und dann nicht nur zehn minuten pause oder so und dann und dann erst weitermachen deshalb gibt es sehr strikte das ist sehr gut wenn man auf längeren projekten arbeitet um eben nie die pausen zu vergessen und dann denkt man auch besser an die sachen ich finde es super für mich ist es nicht so gut weil ich denke an so viele kleineren sachen die dann zusammenkommen dass ich meistens nicht 20 minuten brauche für irgendwas ich fand es total gut ich habe das im studium irgendwann mitbekommen da gab es einen psychologen eppinghaus also eigentlich gleiche theorie genau das gleiche und aktivität bitte ja okay okay ich habe jetzt gerade überlegt weil jetzt glaube ich weiß mir so ein bisschen selbst wenn ich jetzt einen typ modus gehen okay cool weil ich gar kein problem mit so einem großen fall super gut also wir fangen mit dem screen an ich möchte den screen jetzt jetzt muss mir kurz helfen wenn ich sage ich möchte auf dem screen was ein einblenden also ein animieren die täglich einfach zum nächsten screen das wäre dann der hier so mit dem pfeil zieht auf den hier auf die seite gemacht und dann kannst du auswählen was du willst zwei slide left right up down push left push right und dann auch das easing kannst du machen und auch wie lang die und wenn du gleich sehen willst wie das ist kannst du schnell auf play drücken das hatte diese seite ist noch okay naja die muss ich dann ja die renungen ausnehmen was ich den dann aus da was ist die home okay das weg ups löstest das problem ich weiß nicht mach play jetzt wollen wir und hier da da und jetzt keine 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5 6 5 7 7 7 7 8 5 5 6 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 9 9 8 10 10 11 1 1 2 2 2 2 1 2 klicken er trägt mich wie geht es dir denn heute ich freue mich auf die stadt ok dauert 25 minuten ich kann es im louvre naja da funktioniert dann nicht mehr ja ich denke jetzt ein bisschen das machen könnte es ja einfach ein repeat grid ok das sieht gut aus ok hier bin ich screen ein anderer finde ich auch super gleich in dem layout ok ihr habt noch alles gesehen es wurde alles aufgenommen bis zum spinning beach ball vom hell aber wir haben noch 20 minuten im falle das ich weiß nicht wann das letzte mal ist dass du es gesailt hast haben wir noch eine chance glaubst du dass wir zurückkommen? ich weiß nicht, ich gehe mal auf Force Quit ich glaube dann nur um zu sehen ob es Not Responding ist achso reingehen Not Responding wann ist das letzte mal dass du gesichert hattest? gestern ja ok ich glaube sie sollen noch warten oder? nein nein ich weiß nicht ich glaube das mit dem Bild größer machen und aus dem aus dem sagt man naja shit happens passiert ja ok ich mache aber noch nichts davon ok zähle bis 10 oder hol dir ein glas wasser oder schau her da ringe alle teile ja sehr gut ok ja ich kann das einfach mal nachbauen das sollte kein Problem sein ok machen wir mal die Interaktion einfach zwischen ein paar nicht allen genau genau ja und Mr. M laut sagt da hilft nur noch ein Glas Wein hahaha ja da rennt er sofort hin in 20 Minuten ok was war es vorher als wir gesagt haben no backup no ja wie heißt das hast du kein backup hast du kein backup oder wie war's Ja, sollte ich auch das machen lassen. Du hast vollkommen recht. Okay, gut. Schauen wir mal an. Okay, machen wir nur ein paar. Und die Zune pubizieren. Und dann, wenn du aus der Boot noch weitermachen möchtest, können wir das Projekt ja immer updaten. Auf jeden Fall. Würde ich gerne nochmal machen. Also können die Leute in der Chat auch gucken, wie es weitergeht. Okay. Aber das, meine Lieben, ist eine Lektion für alle. Drücken Sie. Steuerung S. Steuerung S. Ja. Ja, automatisches Sichern ist eine wichtige Feature, aber es ist auch nicht so unkompliziert. Deshalb hat es auch lange gedauert in Photoshop. Also es ist nicht eine automatische Sicherung. Es ist einfach, dass es sich die letzten Sachen erinnert, die gemacht worden sind. Okay. Also so eine Art History. Save dann. Mhm. Auch gut. Okay. Weil automatisch sichern würde mir nicht gefallen. Weil... Absolut. Weil vielleicht mache ich Sachen, die ich einfach da zu probieren und wenn es Plastik sichert, dann kann ich auch nicht mehr zurück in der Geschichte oder solche Sachen. In der History, ja. Absolut. Ja. Hätte ich auch nicht gerne. Machst du es jetzt mit Artboards? Ja. Ich mache es gleich mit Artboards. Okay. Okay. Gucken wir mal, was der Marius als Speed Prototyping in 15 Minuten schafft. Ja. Du machst einfach und ich mache ganz schnelle Bewegungen. Das sieht dann so aus wie Speed Art. Sehr gut. Okay. Wie lange haben wir noch? Ja, Iversary sagt no pressure, aber der Kunde ist in 18 Minuten da. Ja, okay. Gut. Die Präsentation ist gleich fertig. Kein Problem. Gut. Ich glaube, ich habe hier wenigstens noch die Bilder. Ja, okay. Wir haben unseren Freunden gemacht. Du hast auch ein Screenshot gemacht. Ja, ich habe... Kannst du nicht einfach die Screenshots draufkleben? Ah, ja. Oder waren die nicht 100%? Nein. Aber du hast... Ja, gut. Nee. Ja, vielleicht probieren wir es auch. Vielleicht ist es mit dem Retina Display genügend. Was hier ist jetzt da? Muss ich mal noch aufschlangen? Ja. Sascha, mir hat das passiert. Man ist nicht da. Sie sind ja nicht von der Präsent jetzt. Ja. Kein Problem. ich verstehe nicht was du machst ich wollte mir das aus dem artboard ziehen kann eigentlich nein mach es einfach so guck ich zeige dir ein neues dokument sagen wir keyboard nein okay aber es ist umgedreht okay wenn du die screens dann gleich so aufschneiden dann allein gemacht das ist es ist einfacher so zu machen aufmachen und jetzt so rein okay einsohme und einfach kopieren ja machen wir es so gute idee das ich glaube ich schlafen will ja schon mal kleiner geworden ja dann ist okay vielleicht kann es nicht machen wir noch aufzug für die konten alles gut wir haben alle da alle designer die bei uns im büro arbeiten freuen sich jetzt gerade weil normalerweise für mich der wer auf der anderen seite steht das ist wahrscheinlich das kleine dankeschön dafür so sieht es in marius das kopf gerade aus haben wir doch noch platz gefunden haben zu bringen perfekt gerade ich habe nicht zugeschaut und dann kommt der regenbogen das gute daran ist wir haben eigentlich jetzt alles wir haben alles eingebaut in den live stream was ich anbauen wollte ja wir haben sogar storytelling auf die auf per excellence eingebaut weil wir sind gerade in dem moment in dem der protagonist leider ein problem hat es gibt nichts schlimmeres als sachen zweimal machen zu müssen aber in diesem fall tut er nur copy paste machen es ist nie wie zweimal machen aber ich muss auch sagen dass wenn man alles verliert und ein zweites mal machen muss dann werden die sachen normalerweise besser second opportunities einfach kurz rausgehen kurz zu hochatmen sich zehn minuten total ärgern warum man nicht steuern kann man selbst gedrückt hat dann wieder in ruhe hat sich im platz setzen war marius konnte nicht rausgehen ist hier an den sessel gebunden gebunden darf erst gehen ich glaube wir schaffen es noch mal da ja ja ganz ich hoffe man kann nur lachen oder wenn man kann das ist immer die beste lösung möglich in jeder hinsicht wo bliebe denn sonst der spaß es war alles absicht wir konnten den screenshot genau so machen wie wir entgehen ja auch perfekt ok hier braucht man ein bisschen fantasie aber das glaube ich kriegen ja gut jetzt das geht hier drauf wieder im dr На wir brauchen das dr hier dr 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 Wer von euch jetzt nochmal im Stream zurückgeht und für jeden Screen ein hochauflösendes Bild macht, der hat zu viel Zeit und Langeweile. Okay, jetzt wieder diese Homepage. Warte aber gucken, vielleicht können wir die Homepage ändern. Ja, ich habe gerade, ich glaube es müsste eigentlich schon gehen. Okay, ich freue mich auf die Stadt. Ja, ich möchte einen Platz zum Instagram suchen. Hier findet uns der Screen. Ich will es wirklich nochmal nachbauen, ich glaube das ist Adobe XD File, machen wir nochmal. Okay, und das suchst du dann auf Twitter mit dem Hashtag Adobe Live? Ja, machen wir es so, oder? Ja, finde ich gut. Bis wann? Lass mich das doch übers Oktoberfest machen. Übers Oktoberfest, okay. Und dann haben wir in der nächsten Woche. Ist okay? Okay, okay, dann tue ich dann auf Adobe Live und natürlich auf dem YouTube Video dann auch den Link hin tun. Ja, genau. Okay, also ich treibe mir auf. Marius hat Link versprochen. Ja, ich habe es gesagt. Drei Punkte. Okay, sehr gut. Okay, cool. Also, das hat ja keinen Sinn das zu teilen, weil mit den Screenshots hat man schon eine Idee, wie das funktionieren würde. Ja. Aber so gut sieht es auch nicht aus. Nee, das klingt ja aus. Mit den Pixels und so. Ja. Besser nicht. Das machen wir dann morgen. Ja, okay. Okay, also machen wir, wir haben noch ungefähr zehn Minuten. Ja. Vielleicht möchtest du einen kleinen Überblick machen, über was wir in diesen drei Tagen gemacht haben. Wir sind ja immerhin sechs Stunden mit dir zusammen gewesen auf diesem Adobe Livestream. Ja. Und vielleicht ist es ganz, ich weiß auch, dass viele von euch da rangekommen sind, nur erst heute. Aber ja, vielleicht ist es interessant zu sehen, was alle diese Artboards sind und wie dein Gedankenprozess vorangehen hier. Gerne. Gut. Machen wir nochmal ein Rewind. Finde ich gut. Also wir haben angefangen, ich bin am Dienstag gekommen und wir haben erstmal so ein bisschen drüber gesprochen, woher ich eigentlich komme. Was ich davor gemacht habe. Ah, Daniela geht weg. Tschüss, Daniela. Ja, ciao. Bis in München. Gerne. Und da ist mir aufgefallen, dass Adobe XD auch ein super Präsentationstool ist. Wir hatten so ein bisschen diese Idee, unter der Spitze des Eisbergs zu schauen, wo komme ich her, wo habe ich gewohnt. Und dieses kleine Dorf bin dann irgendwann nach München gekommen. Hatte eigentlich immer diesen Traum von Microsoft zu arbeiten, als ich 15, 16 war. Und dachte immer, wenn man so kleine Dinge auf seine Wallpaper schreibt, wie hier, die man kaum erkennen kann. Außer man zoomt ungefähr 50 mal rein. Sieht auch, wie gut die Qualität der Kamera ist, da man damals noch war. Schon fast Pixelart. Genau. Über solche Dinge wird man natürlich gleich gefunden und eingestellt. Dem Ganzen war natürlich nicht so und ich habe die nächsten zehn Jahre damit verbracht, andere Projekte zu machen. Unter anderem viele, viele Wallpaper mehr. Viele, viele Winamp Skins mehr. Viele Fonts mehr. Viele Projekte. Unter anderem das Glück. Sind Wallpapers eigentlich noch aktuell? Ich glaube für den Desktop nicht mehr so. Es gibt schon noch ein paar Firmen, die das auch gerne machen. Ich mache mir auch immer noch gerne welche. Ich glaube aber, dass die ganzen Smartphones echt ein super großer Wallpaper Markt ist. Ja, okay. Aber ich zum Beispiel, ich sehe meinen Desktop nie. Weil die Programme sind immer alle offen. Genau. Auf dem Desktop mache ich wirklich nichts mehr. Ja, ja. Ich erinnere mich, als ich vor 15 Jahren oder so war, Wallpapers war für mich schon wichtig, weil ich wollte meinen Desktop. War wie ein, wie sagt man, ein Stück Kunst, oder? Ja, absolut. Aber deshalb fragte ich dich, ob das noch relevant ist, Desktop-Wallpapers. Ich glaube schon, aber wirklich eher Smartphone, weil trägt man die ganze Zeit mit sich rum, sieht man mehr. Ich glaube schon, ja. Habe ich auch echt lange gerne gemacht. So einen Versuch, den ich noch hatte, an Microsoft zu kommen. Ich hatte als Version rauskam, der erste Version HD. Gab es in München so eine Kette, die auch den dann verkauft hat. Und gemeinsam mit der Kette hatte ich so ein kleines Wallpaper Pack gemacht. Das kam auch ziemlich gut an. Genau. Er kam dann irgendwann zu Behance. Er war einer der glücklichen ersten 50 Beta-Tester, die es gab. Und hatte da auch die Möglichkeit, mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Ja, der Investorist sagt, ja, ich habe jetzt ein neues Wallpaper. Stimmt, ja. Ja. Auf dem Twitter kannst du es dann sehen. Okay. Ja, Wallpaper. Das ist ein neues Wallpaper. Sehr gut. Cool. Genau. Wir hatten dann so ein bisschen gesprochen über den Ansatz, also wie arbeite ich ganz gern in so einem agilen Umfeld, in dem man als UX-Designer, UI-Designer, Konzepter, wie auch immer man sich nennen möchte, Interaction-Designer, Product-Designer, arbeitet. Haben ein bisschen diese Themen angesprochen, was an Layern in so einem Projekt passiert. Über Psychologie bis zu langfristigen, kurzfristigen Strategien. User Experience in Multi-Channel, Omni-Channel User Experience. Was sind eigentlich so Voraussetzungen, die man hat? Was möchte man erreichen? Was sind unsere Ziele? So von links bis rechts auf diese Timeline als Projekt oder auch in seiner eigenen Karrierelaufbahn. Und sind dann gestern eine Ebene höher gegangen und haben auf all diesen Ideen die App-Idee weiterentwickelt. Also ich hatte die schon mitgenommen, zu Hause mal ein bisschen angefangen. Aber ihr seht eigentlich das aus den Screens, die wir hier hatten. Da haben wir ein bisschen diskutiert über Prinzipien des UX-Designs und UI-Designs. Und sind dann zu etwas gekommen, was sich eher persönlich anfühlt, mit was ich gut umgehen kann. Sehr einfache Navigation, einfaches Navigationskonzept. Eigentlich direkt nur in die Map eingestiegen sind, ohne Navigationselemente. Es gab diesen Popup mit dem Chat, der mich dann gefragt hat, wie es mir geht heute, was ich machen will. Ich gebe ihm ein paar Infos, sag ich will, freue mich auf die Stadt. Wo möchtest du denn hin? Ich suche einen Platz, wo ich schon Instagram-Bilder machen kann. Schlägt dir dann eine Art Guide vor, der über verschiedene Quellen generiert wird. Wir hatten dann so ein bisschen über Map-Design gesprochen. Also die Daten, die wir haben. Wir könnten zum Beispiel in Instagram gucken, wie viele Fotos wurden an den Plätzen gemacht. Die dann ranken und sagen, hey, guck mal, das sind die drei bekanntesten. Dieser Guide könnte dir dann so vorgeschlagen werden. Was man auch machen könnte, unten drunter noch einen Button setzen. Hey, willst du es vielleicht ein bisschen persönlicher? Melde dich doch einfach an mit Facebook. Wir haben die Freundesliste und können dazu auch den ganzen Content noch viel mehr personalisieren. Also hätten auch vielleicht drei Plätze hier, die die Freunde besuchen. Jemand, der sich gerne für Design interessiert, sieht dann ganz anders aus plötzlich, ohne dass er wirklich viel gemacht hat. Und ich habe eigentlich kein großes Interface. Ich habe meine Acceleratoren, also Beschleuniger, über die wir gestern gesprochen hatten. Kann von unten rein swipen, kann von links nach rechts swipen. Hab die Karte und komm mit einer Hand wirklich gut zurecht. Genau. Hab dann diesen Guide. Wählen wir den Guide aus. Passt. Cool. Ja. Wir haben keine Zeit mehr. Nein. Fast fertig. Okay. Ich wollte dich fragen, was kommt jetzt? Gehst du nach München zurück? Oktoberfest natürlich. Ich gehe nicht aus Oktoberfest. Aber was? Nein, nein. Ich gehe nicht aus Oktoberfest. Ich gehe nicht aus Oktoberfest. Okay. War schon. Ja, ja, ja. Okay. Also erstmal danke, dass du mit uns diese drei Tage hier warst. Das war wirklich echt cool auch zu sehen, wie das Ganze, ja, ist schon cool zu sehen, wie das alles zusammenkommt. Wie die Ideen zusammenkommen und woher du kommst, was du gemacht hast. Und das kommt dann alles zusammen in eben, ja, auch so einem Projekt. Und das ist eben das Coole in diesen Adobe Live Sessions, die wir machen, ist, da haben wir echt eine Einsicht, in wie die Profis solche Sachen machen. Und in diesen drei Tagen haben wir echt viel über Experience Design gesehen. Und natürlich geht es gleich weiter mit Melanie Davait und Clive für die letzte Session unserer drei Tage Livestream. Und erinnert euch, wenn auf adobelive.com, wenn ihr das da anguckt, geht das automatisch auf das nächste Stream. Wenn ihr auf YouTube seid, müsst ihr dann zurückklicken und dann das neue Stream aufmachen. Der Chat geht hier weiter. Und ich wollte auch noch sagen, ich mache schon einen Kalender auf. Der nächste Stream auf Deutsch, den werde ich die Woche nach Max machen. Adobe Max ist unsere riesige Creativity-Konferenz, die dieses Jahr in Las Vegas ist. Und das Stream wird vom 24., 25., 26. Oktober stattfinden aus München. Ja. Weil morgen packe ich das ganze Zeug hier, tu das in Schachteln und das wird dann nach München geschickt. Und wir machen in Zukunft dann aus München weiter. Und bleibt da, weil in genau fünf Minuten geht es weiter mit Melanie. Ok? Danke, dass ihr da wart. Ich komme dann noch vorbei vor dem Ende des Streams zusammen mit Clive und sage euch allen noch Tschüss. Ok? Also Tschüss Marius. Danke, dass du mit uns warst. Und bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir. Euch auch danke. Und ihr bleibt da. Und in fünf Minuten geht es weiter mit Melanie. ? Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank. Vielen Dank.